Schönen guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei mir. Ich möchte mal zur Abwechslung ein Gedicht vortragen. Nicht von mir, es ist von Monika. Hallo Monika, dir zu ehren. Ein sehr schönes Gedicht, es hat mich berührt und möchte es hier in Ehren für Sie, Monika, fähigen. Es heißt die kleine Meise. Die kleine Meise. Eine kleine Meise ging mal auf die Reise. Sie flog davon ganz leise, auf ihre Art und Weise. So flog sie über Meer und Land, bis sie eine Insel fand, unberührt von Menschenhand, mit einem weißen, weiten Strand. Sie lebt nun schon lange dort, in diesem wunderschönen Ort. Ihr will nie wieder fort, darauf hast du mein Wort. Danke, Monika. Sagt deiner Schwester Bescheid, die soll sich mal melden. Der Katharina, ja, deiner Schwester. Ich mag sie irgendwie, weißt du. Mach mal was, ja. Ja, bitte. Außerdem habe ich ihr einen Auftrag gegeben. Sie sollte ja nochmal ein Bild für der Brief, der gewünscht wurde. Ich mache nur Spaß, Leute. Okay, Monika und Katharina, tschüss, habt es gut. Einen schönen Tag noch, schönen Sonntag.